Der Reis dieses Berufes, des Stuckateurs, macht aus, da wird es nie langweilig. Da hat es jeden Tag andere Aufgaben, andere Arbeiten, im Innen- und Außenbereich. Also das ist ja super. Mein Name ist Werner Arzt. Ich bin Stuckateur-Meister. Wohne in Geschwand und habe mich in den Jahren so weitergebildet bis zum Gutachter. Der Bezug zum Stuckateur war nicht so einfach. Ich war kaufmännisch tätig vorher. Das war auch kein Fehler, wenn man dann selbstständig wird. Die erste Zeit war das Unterschied wie Tag und Nacht. Mittlerweile könnte man nichts anderes vorstellen. Das passt ganz einfach. Unsere Mitarbeiter, vor allem die eigenen, die sind so geschult die letzten Jahre durch Kurse und Weiterbildungen. Die sind eingespielt. Das passt die Chemie. Da gibt es nichts. Also es gibt keine Aufgaben, die uns gestellt werden, die wir nicht bewältigen können. Wenn ich so zurück überlege, was mir hängen geblieben ist, so Kirchenrestaurierungen oder alte Häuser, wo Stuck gefragt ist im Innenbereich, das ist ein Traum. Da gehe ich richtig auf. Zu unserem Baustoffhändler, die Firma Baiba, kann man nur sagen, es läuft stressfrei. Die sind alle sehr freundlich. Eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Dem steht nichts im Wege. Das ist klar. Die sind alle sehr freundlich. Die sind alle sehr freundlich. Die sind alle sehr freundlich. Deine oddly 거의 un losses quer. Die sind alle partnership. Werden wir uns!